Servus Lasse, so aktuell sind wir selten, gerade das letzte Training am Freitag absolviert und natürlich ist die große Frage, wie geht es dir, wie geht es dem Kopf? Alles gut soweit, also ich habe jetzt ein paar Tage Pause gemacht nach dem Braunschweig-Spiel und jetzt ist alles wieder soweit gut und bin heiß auf den nächsten Sieg gegen Frankfurt. Jetzt für mich als Sportline so ein bisschen, wenn man ein paar Tage aussetzt, mitten in der Saison, ist das für die Fitness nicht so schlimm, verkraftet man das? Ja, definitiv, also ich denke, alles was unter zehn Tagen Pause ist, da kann man schon mit klarkommen. Ich habe jetzt auch wieder zweimal trainiert, von daher, das ist, glaube ich, das kleinste Problem.